La Pericol, ein Meisterwerk von Jacques Offenbach in einer Regie von Nikolaus Habian, gibt uns genau den Schwung, den wir für einen humorvollen Start ins neue Jahr brauchen. Diese Operette hat alles, was man von Offenbach kennt und liebt. Es ist Unterhaltung auf höchstem Niveau mit feinspöttischer Sicht auf Politik und Kultur. Nikolaus Habian bringt das Stück mühelos zeitgenössisch, und zwar ohne Holzhammer, auf die Bühne. Die Motivation des Multitalents Nikolaus Habian liegt darin, die Geschichte so zu erzählen, wie sie in den Noten steht. Er liebt Musik, taucht hundertprozentig in den Stoff ein und schafft es damit, uns zu berühren. Die Premiere von La Pericol ist am 16. Jänner im Musiktheater in der Wien und läuft bis zum 31. Jänner. Also rasch Tickets sichern!